hallo zusammen zu einem weiteren clip mit mir am truck ich habe zwar schon an anderen bildern auch weiter gemacht und diese gefilmt aber die sind noch aus dem sommer und dieses video material möchte ich natürlich nicht verkommen lassen das sind noch ein paar stunden so was gibt es neues bei mir nun ja nix so unspektakulär es klingt aber es gibt nichts neues aus meinem letzten video habt ihr gehört dass ich eine berufliche reha mache sprich ich mache eine umschulung in einen neuen beruf und was das angeht naja lernen viel mehr gibt es da nicht zu sagen und viel mehr werdet ihr da auch nicht erfahren denn das ist eine sache die ich auch für mich privat halten möchte bis ich bereit bin darüber zu reden aber sonst in meinem privatleben an sich was hobbys angeht hat sich nicht wirklich viel getan ich hatte ein sehr langes tief fand ich was hobby angeht ich hatte zeitweise absolut keinen bock auf gar kein hobby bis auf zocken das war tatsächlich das einzige was ich gemacht habe mittlerweile ist es so dass ich wieder mehr freude an verschiedenen anderen hobbys habe unter anderem auch damit painting es war tatsächlich so dass ich mich die letzte woche jetzt ab und zu mal an einerseits die rose gesetzt habe oder auch an die straßherzen und diese zwei bilder möchte ich tatsächlich auch als nächstes fertig machen die nachfolgenden bilder keine ahnung ich ich halte für nichts persönlich davon für mich persönlich mir eine liste zu machen ich habe es probiert es klappt nicht deswegen halte ich davon nichts ich habe zwar eine liste gemacht mit den bildern die ich angefangen habe um da so ein bisschen überblick zu behalten um diese dann eventuell nach und nach abzuarbeiten und fertig zu stellen aber ich halte nichts davon mir eine art to do liste zu machen das bild muss als nächstes fertig das bild muss als nächstes und das bild muss als nächstes fertig werden weil mir dann da irgendwie so diese freude die vielfalt die die freiheit verloren geht das möchte ich für mich einfach nicht es ist ein hobby es soll für mich auch eins bleiben und deswegen möchte ich da die freiheit auch haben die bilder so fertig zu machen wie ich bock habe aber auch wenn ich noch mehr anfangen möchte was ich nicht versuche aber ihr wisst ja das ist ein thema das schaukelt schlimmer hin und her als eine schaukel auf dem kinderspielplatz also ja von dem einfach mal abwarten was kommt vielleicht fange ich auch ein nasa bild an oder beziehungsweise nur das ich habe nur ein nasa bild oder vielleicht fange ich ein anderes bild an keine ahnung i don't know aber wie gesagt da möchte ich einfach die freiheit für mich offen halten wunsch das was ganz anderes vom wunsch her möchte ich ganz gerne nach den straßherzen und der rose den truck fertig machen denn der ist somit am weitesten und ich habe den schon ein paar mal fertig gesehen und er ist einfach wunderschön von dem her mal gucken wie ich das so hinkriegt mit dem fertig stellen ich habe ja auch noch ein josephine wall angefangen so love a unicorn ich weiß nicht ob ich noch ein anderes angefangen habe ich weiß dass ich noch zwei andere auf jeden fall hier habe aber ja das ist hier haben und angefangen sind zwei verschiedene paar schuhe für mich auch was das interessante ist strecken war ein hobby was ich die ganze zeit weiterhin gemacht habe ohne daran großartig lust zu verlieren beim sticken kreuz sticken jetzt speziell dachte ich tatsächlich kurzzeitig ich verkaufe den ganzen scheiß einfach und wer ist los da kommt nach und nach auch wieder die motivation und die lust zurück da weiter zu machen ich habe auch festgestellt dass ich mir gerne weitere vorlagen kaufen wollen würde es ist zwar total hirnrissig bei der menge an vorlagen die ich hier habe wäre ich wahrscheinlich bis an mein lebensende bedient und ich habe ja auch ein paar bilder angefangen im kreuz sticken sprich bis ich die fertig habe brauche ich ein halbes leben und naja bis das soweit fertig ist und auch die die farben alle hier sind weil für die bilder die ich angefangen habe fehlt mir ja auch noch gar ich habe ja noch nicht mal alle farben hier das heißt bis das alles somit hier ist und fertig ist da vergehen auch noch jahre von dem her es würde absolut keinen sinn machen jetzt noch weitere vorlagen zu kaufen es würde auch keinen sinn machen jetzt noch weitere vorlagen die ich habe anzufangen es würde auch keinen sinn machen an sich weitere damen paintings zu kaufen obwohl ich vor ein paar tagen wirklich auch kurz davor war bei nicole nochmal für ein bild zuzuschlagen aber aber es kommt ja noch einmal der weihnachtskalender vielleicht ist da das eine oder andere bild dabei was mir gefällt und dann würde ich da wohl zuschlagen aber mal gucken ich habe auch festgestellt dass ich mein kaufverhalten komplett umgestellt habe was ich persönlich jetzt nicht schlimm finde nein ich bin da ein bisschen vernünftiger geworden und nicht mehr so ich will es ich kaufe es sondern brauche ich es ne naja dann lasse ich es so in die richtung ist es mittlerweile umgeschwenkt und das finde ich jetzt auch nicht unbedingt das schlimmste es ist aber ein trend den ich bei vielen anderen auch schon beobachtet habe und ich habe in den letzten wochen auch eine säuberung meiner facebook gruppen durchgenommen und ich bin aus vielen vielen gruppen ausgetreten denn ich muss tatsächlich sagen dass mir teilweise die diamond painting community einfach total gegen den strich geht ähm weil es teilweise einfach sich so verhält in einer art und weise die ich persönlich nicht angenehm finde und da möchte ich ein bisschen drauf eingehen denn ich war noch nie ein fan von alles super toll super schön super mega reden obwohl es nicht so ist ich war kein fan davon von überall herzchen dazu zu setzen und überall glitzer dazu zu setzen und ähm hinter jeden satz herzchen zu klatschen und hinter jeden satz ähm ja emojis in diese richtung zu setzen es ach es löst in mir ein kotzgefühl aus sondern das gleiche ich weiß nicht wie ich es anders beschreiben kann wenn man etwas liebt jemanden liebt oder etwas wirklich wirklich von herzen gut finden finde ich das vollkommen okay nur habe ich teilweise das gefühl nur weil sich das licht irgendwie komisch auf dem stein bricht und es deswegen glitzert ist es der geilste shit den die welt gesehen hat und ich weiß nicht ich finde es anstrengend ich bin da kein Fan von und naja aus diesem Grund bin ich aus einigen Gruppen rausgegangen vor allem auch ein Problem was ich in Social Media grundsätzlich sehe du darfst nicht sagen was du denkst weil entweder bist du dann nicht unterstützend für diese Person oder du hast sie und unterschiedlicher Meinung sein ist in Social Media auch nicht unbedingt so gerne gesehen obwohl jeder schreibt es ist total toll dass wir unterschiedliche Meinungen haben aber wenn man unterschiedlicher Meinung ist findet man das dann plötzlich doch nicht so toll das ist der Eindruck den ich in einigen Gruppen hatte eben diese ewige Diskussion mit eckigen Steinen ich kann es nicht mehr lesen ich kann es nicht mehr hören es nervt dann auch immer wieder die Frage was für ein Wachs benutzt ihr was für Steine habt ihr am liebsten und 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 es sind halt Fragen die schon so oft gestellt wurden und ich habe kein Problem damit immer wieder mal was zu erklären nur bin ich auch ein Fan davon wenn man sich selbst ein bisschen am eigenen Riemen reißt selbst Initiative zeigt und versucht eine Antwort auf die Fragen zu finden indem man Suchfunktion nutzt oder dergleichen und es ist einfach so dass in allen Gruppen immer wieder dieselben Fragen gestellt wurden und es ist ja schön und gut dass die Gruppenleitung sagt ihr könnt stellen was ihr wollt ein und gewischt nur ist es für einige Gruppenmitglieder durchaus anstrengend für mich persönlich war es anstrengend deswegen bin ich rausgegangen und ja sobald dann irgendwie eckige Steine gepostet wurden das ist mein erstes Mal mit Eckensteinen ist das gut und oh ja das hast du total toll gemacht das ist das Beste was ich jemals gesehen habe oh mein Gott ich druck mir das Bild aus und rammst mir ein was das geilste Sch- das ich jemals gesehen habe oh mein Gott so Antworten hat man da teilweise und man sitzt davor liest das und fragt sich es sind nur eckige Steine wo ist denn da das Problem und naja das ist ein Thema was ich schon so oft hier auf meinem Channel angegangen bin und ich finde auch dieses verteufeln dieses unabsichtliche verteufeln und schlimmer machen von Sachen obwohl es eben nicht so ist furchtbar ich hasse es bestes Beispiel eckige Steine sind total schwer sehen sie nicht das sind einfach nur eckige Steine beim Stricken auch oh das ist total schwer nein ist es nicht dir fehlt einfach nur die Übung wenn du die Übung hast ist es leicht kochen ist total schwer nein ist es nicht wenn du die Übung hast geht es ganz leicht Fahrradfahren ist total schwer nein ist es nicht versteht ihr worauf ich hinaus möchte nur weil man in etwas nicht geübt ist ist es nicht gleich schwer es fehlt einem einfach nur die Übung und das ist eine Sache die sich im ganzen Leben durchzieht egal ob es um den Job geht wenn du etwas machst in dem du noch nicht so geübt bist Beispiel Koch guckt euch mal an wie die schneiden probiert das mal selber ihr steht da wie der erste Mensch der zum ersten Mal am Messer entdeckt hat und euch fragt besser wie funktionieren wenn ihr das übt werdet ihr besser das gleiche mit Fahrradfahren das gleiche mit Schwimmen das gleiche mit verdammten eckigen Steinen und das Problem jetzt speziell bei Diamond Painting ist da einfach die Qualität der Steine aus welchem Material die sind man kann mit Acrylsteinen Glück haben meist ist es aber so dass die die höhere Fehlerquote haben und da kann man so dermaßen einfahren dass einem das Kleben an sich überhaupt keinen Spaß mehr macht weswegen ich nur noch darauf achte Harzsteinchen zu bekommen weil da ist die Qualität wesentlich besser natürlich kann man da auch Pech haben aber ich habe noch keine ploppenden Harzsteine gesehen sagen wir mal ehrlich nur auch mit den Mehrfachsätzen ne ne ich mach das lieber so weil ich bin zu blöd dazu wenn du das so siehst dann ja stimme ich dir zu das ist teilweise wirklich ein Satz den ich gerne schreiben würde es ist einfach so denn auch mit den Mehrfachsätzen es ist einfach nur eine Übung und wenn man jemanden zuguckt der fast ausschließlich mit Mehrfachsätzen arbeitet dann sieht das leicht aus genauso wie Turnen bei Leuten aussieht die das zum Beruf gemacht haben genauso leicht sieht es auch aus wenn Leute töpfern und 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 es ist einfach eine Sache die geübt wurde und deswegen leicht aussieht und wenn jemand sagt das sieht bei dir so leicht aus überlegt mal wie oft es da Fehlschläge gab bis man endlich zu dem Punkt kam dass es leicht aussieht und das ist ein Ding was ich auch beim Malen für mich beachten muss denn wenn man Leuten zuguckt gerade auch auf YouTube es gibt so viele Künstler und wenn man denen zuguckt die setzen Pinselstrich und der ist perfekt die schmieren da Farbe drauf verwischen sie leicht mit einem anderen trockenen Pinsel der schön fluffig ist um die Farben wie man ja heutzutage so schon sagt zu verblenden also zu vermischen und aus zu dünnen um eine Farbmischung herzustellen da stecken viele viele Jahre drin da stecken wahrscheinlich auch tausende Euro an Material drin die kaputt gegangen sind die man wegschmeißen konnte die zum Üben rausgegangen sind und 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 das ist all das was man nicht sieht man sieht immer nur dann das Endergebnis und das sieht total leicht aus von dem her lasst euch davon bitte nicht in irgendeiner Art und Weise entmutigen es nervt mich einfach nur jedes Mal wieder das zu lesen das sieht total leicht aus bei dir ich kann das nicht ich bin zu doof dazu ja bis der Punkt aus fertig ich hab keinen Bock mehr zu diskutieren ne das ich weiß zwar warum man das sagt um sich über sich selbst lustig zu machen nur nach einer Weile nervt auch dieses Argument und auch das ist etwas woran ich für mich persönlich arbeite und ich bin da auf einen guten Weg ich habe in den letzten Monaten viel an mir gearbeitet und möchte mich für mich selbst auch verbessern und naja mal gucken wie diese Reise aussieht nur was mich mich so ankotzt auch gerade was die Diamond Painting Community teilweise angeht das Setzen gerade speziell von eckigen Steinen wie man hier sieht und zwar hier und hier die Steine sitzen auch nicht perfekt und soll ich euch ein Geheimnis verraten es ist mir egal es ist mir einfach total egal es juckt mich noch weniger als wenn in China ein Sack Reis umfällt warum erstens es ist Handarbeit zweitens von weiter weg sieht man es nicht drittens man hängt das Bild nicht mit Lightpad auf und ich weiß nicht warum die Leute das absolut nicht in ihren Kopf bekommen aber gut egal ich will mich da nicht drüber aufregen nur diese Perfektion die einige aus was für einem Grund auch immer sei es der Monk oder einfach das ja Ziel sich selbst was zu beweisen die Steine so gerade und akkurat wie möglich in irgendeiner Art und Weise in dieses verkackte Kästchen zu setzen man steht sich dadurch selbst im Weg und deswegen schreiben so viele eckige Steine machen mir keinen Spaß deswegen mache ich nur Runde weil Runde einfach keine Ecken haben und ich finde es einfach nur anstrengend das ist etwas was ich so oft gelesen habe was für mich auch einfach ein Grund war dann aus diesen Communities zu gehen also aus Communities aus diesen Facebook Gruppen zu gehen und jetzt bin ich in ein in wesentlich weniger drin lese wesentlich weniger diesen Kram was mich wesentlich weniger stresst und nervt und ja kann mich wieder mehr auf mich konzentrieren und Sachen die mir Spaß machen denn ich habe wirklich gemerkt dass das tat mir nicht gut und da habe ich dann halt auch was für mich geändert und bis jetzt kann ich da absolut nicht drüber klagen und freue mich auch einfach nur auf die nächsten Tage und Wochen in der Hoffnung meine Paintings fertig zu bekommen die ich angefangen habe zumindestens diese drei die die Regenbogenrose die Strassherzen und den Truck genau das waren die drei Bilder alles andere mal gucken da mache ich mir weder einen Plan noch Stress noch sonst irgendwas und mit diesen Worten werde ich mich mal verabschieden ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen restlichen Tag vielen vielen Dank für's zugucken und jetzt muss ich tatsächlich überlegen wie mein Abschiedstext ging macht's gut bis zum nächsten mal und ciao